Servus und herzlich willkommen zu Formel 1 2021 MyTeamKarriere mit AlibabaRacing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Belgien, haben also mittlerweile die Saisonhälfte erreicht und führen aktuell mit 169 Punkten die Meisterschaft an, sind aber punktgleich mit Max Verstappen, der die letzten Rennen super gut war, der war immer in den Top 4, nur einmal nicht auf dem Podium. Der hatte nur ein bisschen verkorksten Saisonstart, dafür hatten wir ja zwei schlechte Rennen in Portugal und Spanien und waren sonst fast immer auf dem Podium. Also es ist super ausgeglichen aktuell, Sergio Perez auch nicht zu unterschätzen, der ist ja im letzten Rennen in Ungarn ausgefallen, sehr sehr ärgerlich für ihn, der wäre sonst wahrscheinlich ganz vorne. Wir haben deshalb ja im letzten Rennen die Führung übernommen und Verstappen ist eben mit uns gleichgezogen. Leclerc hat in den letzten vier Rennen gerade mal zwei Punkte geholt, der hat sich aktuell so ein bisschen verabschiedet vom Meisterschaftskampf. Mal gucken, ob er da zurückkommen kann, er hat ja immerhin auch einen Sieg und Pierre Gasly im letzten Rennen jetzt mit dem ersten Sieg und dem zweiten Podium, obwohl er so oft ein gutes Auto hatte, nur mit 75 Punkten hinter Bottas und Norris noch, aber mit diesem Sieg, muss man sagen, hat er ja bewiesen, dass das an sich kann und deshalb, ihr seht es schon, die nächste Entscheidung, die für heute ansteht, ist, was machen wir mit Pierre Gasly? Also ich war lange im Überlegen, ob wir ihn tatsächlich vielleicht zur Saisonhälfte ersetzen. Ja, also, ja, ich weiß nicht, ich würde es im realen Leben wahrscheinlich nicht tun, von daher würde ich es auch jetzt nicht in Erwägung ziehen. Klar könnte man überlegen, ob man sich irgendwie einen Lando Norris oder einen Carlos Sainz oder ähnlich holt, um ihm die Chance zu geben oder vor allem George Russell, denn der ist im Alfa Romeo unglaublich gut. Der war schon viermal in den Top 10, in den Top 7, genauer gesagt. Also es gibt genügend Möglichkeiten, aber ich denke, Gasly hat es schon verdient, dass er diese Saison bei uns bleiben darf, noch vollständig. Er hatte viele, viele schwache Rennen, aber ich denke, wenn wir ihm die Chance geben, dann wird er jetzt an diese Form anknüpfen. Ich hoffe einfach, dass er da noch ein bisschen mit nach oben kommt und am Ende vielleicht in der Top 4 landet. Es ist aber ohnehin finanziell knapp. Also wir hätten uns sowieso nicht unbedingt, ja, jeden hier leisten können, muss man einfach mal so sagen. Wir haben nämlich gerade mal so 15 Millionen Dollar angesammelt, obwohl wir ja nicht wirklich was ausgegeben haben. Also Geld ist da schon Mangelware, vor allem wenn wir eben so gute Fahrer haben wie Pierre Gasly. Der kostet eben auch seine mindestens 12,8 Millionen hier. Wir versuchen es mit dem mittleren Risiko. Ich denke, da sollte er doch hoffentlich zustimmen. Er hat einfach das beste Auto im Feld und er hat auch unterschrieben. Von daher passt das soweit. Wir werden also jetzt die zweite Saisonhälfte auch mit der Pierre Gasly verbringen. Bevor wir jetzt in das Rennwochenende nach Belgien springen, mal einen kurzen Anblick auf die Rivalenschaft mit Sergio Perez. Das verfolge ich ja nicht so hart, muss man sagen. Also ich nehme es halt so, wie es kommt. Es ist auch jetzt immer sehr überschaubar, was man da gewinnt. Wir sehen auch, wir haben nur 4 von 11 Rivalitäten gewonnen in unserer ganzen Karriere. Das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr häufig ja nur Rivalen wählen können, die in der Meisterschaft nahe bei uns sind. Und wenn wir halt dann mal gepunktet haben mit einem richtig schwachen Auto und wir dann plötzlich einen Hamilton als Rivalen hatten, hatten wir halt keine Chance über 5 Rennen gesehen. Von daher war das immer etwas unfair. Wir sind jetzt aktuell aber ein paar Punkte vor Perez und das ist tatsächlich halt auch mal ein fairer Rivalenkampf. Von daher hätten wir dem vielleicht ein bisschen mehr Beachtung schenken können. Spätestens nach dem Ausscheiden im letzten Rennen von Sergio Perez haben wir da also die Führung übernommen. Und da es nur noch ein Rennen gibt, sollten wir das Ganze auch für uns entscheiden können, hoffe ich sehr. Außer wir scheiden irgendwie komplett aus. Startaufstellung für den Grand Prix von Belgien. Pole Position für Sergio Perez. Pierre Gasly, unser Teamkollege, auf Platz 2. Richtig nah dran, da bin ich mal gespannt, wie der im Rennen fahren wird. Verstappen dann auf der 3, der nächste Weltmeister. Dann auf 4, Leclerc vor Norris und Bottas. Sainz vor Riccardo, Vettel und dann erst kommen wir auf Platz 10. Schwarzman auf der 11, nicht in den Top 10. Darowala vor Giovinazzi und Zunoda. Russell nur auf Platz 15. Mick Schumacher mit einem guten 16. Platz. Latifi und dann haben wir einen enttäuschten Ocon und einen enttäuschenden Stroll auf 18 und 19 vor Lundgart, Schuh und Mazepin. Schwieriges Qualifying für uns. Wir waren eigentlich drauf und dran, eine Zeit in den Top 5 zu fahren, schätzungsweise. Zumindest hat man das so aus Q2 heraus erahnen können. Da waren wir nämlich 5. Der Pierre Gasly war, glaube ich, 3. oder so was. Und ja, dann habe ich leider in Q3 in der einzigen gezeiteten Runde mein Auto weggeworfen. Ihr seht es auf dem Thumbnail. Ich habe es euch auch nochmal oben hier während der Startausstellung eingeblendet. Relativ früh schon in der zweiten Kurve, beziehungsweise der dritten Kurve nach Ur-Rouge, nach der geraden Blöd auf den Randstein gekommen. Das Auto nicht mehr verfangen. Und dann war das Qualifying leider vorbei, denn da war nur noch eine Minute auf der Uhr. Schade. Platz 10 ist jetzt aber keine schlechte Ausgangslage. In Spar kann man schon ganz gut überholen. Von daher würde ich sagen, warten wir einfach mal auf die Rennpace. Ich habe keine Ahnung, wie schnell wir im Longland sind. Wir werden auf jeden Fall eine etwas andere Strategie wählen als die meisten. Dadurch, dass wir in Q2 Intermediate-Reifen gebraucht haben, haben wir die freie Wahl jetzt fürs Rennen, auf welchen Reifen wir starten möchten. Und deshalb möchte ich auf den Medium-Reifen starten und dann erst zum Rennende auf die guten Soft-Reifen gehen. Ich bin mal gespannt, wie es die Konkurrenten in der Top 10 machen. Und ob wir damit im ersten Stint dann ja einigermaßen mitschwimmen können oder nicht, werden wir dann sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass es in Spar wieder mal reinregnet. Es sieht danach aus, dass das wenn dann erst zum Rennende der Fall sein wird. Hoffen wir mal, dass das so sein wird, denn ich glaube, im Trocknen haben wir hier eine relativ gute Pace. Im Regen müsste man sich erst mal eingewöhnen. Ja, wir werden sehen. Ich würde sagen, wir gehen somit ins Rennen. Ein Stopp ist hier ganz klar. Und dann schauen wir mal, wofür es reicht. Nochmal schön die Reifen auf Temperatur bringen. Das ist ganz besonders wichtig jetzt, weil wir hier wirklich eigentlich die einzigen auf Medium-Reifen sind. Es ist nur ein weiterer Fahrer auch auf den Medium-Reifen, nämlich Mick Schumacher auf Platz 16. Das heißt, es wird jetzt richtig eng werden am Start. Da werden Schwarzmann, Darhubeler und Co. von hinten drücken. Und wir haben die Außenbahn. Da haben wir eine größere Auslaufzone. Das ist gut, aber ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt hier gleich wegkommen werden. Die Startaufstelle hier sehr nah, sehr eng aufeinander. Los geht jetzt der Grand Prix von Belgien. Als einziger hier vorne mit Medium-Reifen am Start. Und das merkt man, Schwarzmann, unglaublich guter Start. Und dann ist hier auch noch Giovinazzi, das wird eng. Dann müssen wir ihm Platz geben. Kontakt zwischen Giovinazzi und Vettel. Wir können uns aber gegen Schwarzmann wieder zur Wehr setzen. Es ist jetzt nur Giovinazzi, der vor uns ist. Da lassen wir ihm mal hier den Vortritt. Boah, der bremst hier in Urusch. Da musste ich richtig reagieren. Nicht, dass wir hier hinten in ihn reinkrachen. Darhubeler nutzt das Ganze aus. Jetzt auf Platz 11. Ärgerliche Situation. Keine Ahnung, warum Giovinazzi da bremsen musste. Und jetzt haben wir hier zu Noda und Schwarzmann im Getriebe sitzen. Aber wir können uns dann erstmal verteidigen. Bleiben auf Platz 12. Na, Ende Runde 1. Wir sind hier im Windschatten von Daruvala. Warum ist denn der so langsam? Das ist eigentlich eine Stelle, da kann man nicht überholen. Aber irgendwie haben wir uns da vorbeigedrückt. Er versucht es außen nochmal, aber da geht es nicht vorbei. Wir sind jetzt zurück auf Platz 11. Und Giovinazzi muss jetzt schon ein bisschen abreißen lassen zu Vettel. Das heißt, wir werden auf jeden Fall versuchen, am Alpin vorbeizugehen, früh oder später. Hier wird es noch nicht reichen. Aber vielleicht in eine der folgenden Kurven oder Runden. Ja, wir können hier Vollgas gehen. Auf jeden Fall. Und irgendwie Giovinazzi schafft es nicht, da in diese Kurve Vollgas zu gehen. Deshalb haben wir auch schon in der letzten Runde an dieser Stelle Darura überholt. Außenrum hier diesen schnellen Linksknick. Und ja, das ist eigentlich einfacher gewesen als gedacht, wollte ich gerade sagen. Aber er ist immer noch neben uns. Giovinazzi. Jetzt sind wir hier aber vor ihm. Richtig gut, Platz 10 jetzt für uns. Allerdings kein DRS für die nächsten Runden wahrscheinlich. Ah, und Giovinazzi scheint da von der Pace wirklich nicht hinterher zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Glück, dass keine Angriffe von hinten kommen. Obwohl sie auf den besseren Weichenreifen sind. Und wir unsererseits tun uns aber schon schwer, nach vorne aufzuschließen. Ja, ungefähr zwei Sekunden der Abstand zu fetteln. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht in zwei, drei Runden, wenn die Weichenreifen so langsam abbauen. Dann werden wir da vielleicht die Lücke etwas schließen können. Das ist zumindest meine Hoffnung aktuell. Ja, Giovinazzi scheint wirklich große Probleme zu haben. Der ist mittlerweile fast sechs Sekunden hinter uns. Mittlerweile ist er aber auch gar nicht mehr direkt hinter uns, sehe ich gerade. Jetzt habe ich mich gerade verlesen. Jetzt haben sie ihn endlich mal überholt. Da, Robala und Schwartzmann. Mal gucken, ob die aufholen können mit den Weichenreifen. Ich denke aber nicht, denn wir haben ja aktuell schon eine recht gute Pace. Es sind weiterhin konstante zwei Sekunden hinter Vettel, Ricciardo und Co. da vorne. Und ich denke, es wird auf jeden Fall, wenn wir weiter konstant fahren, werden schon noch ein paar Positionen drin sein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ende Runde sieben. Und wir sind mittlerweile im Einsekundenfenster zu Sebastian Vettel. Das heißt, wenn die jetzt hier nicht an die Box gehen, werden wir in dieser Runde zum ersten Mal DRS bekommen. Und die bleiben alle noch draußen. Also auf jeden Fall auch eine Einstabstrategie. Ein bisschen Probleme hier beim Rausbeschleunigen. Wobei Carlos Heinz, der Erste, der an die Box kommt, versucht den Undercut. Und wir verbremsen uns jetzt hier völlig in Turn 1 hinein. Da habe ich völlig den Bremspunkt verpasst. Gut, dass da nichts passiert ist. Ja, war nicht allzu schlau. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt dann bald sowieso die Gegner vor uns loswerden, wenn die an die Box kommen. Vorher hatten sie übrigens mal, hatten wir die Information bekommen, dass Landon Norris ein technisches Problem hat. Das sieht man auch, denn der war vorher an den Ferrari dran. An der Führungsgruppe. Jetzt sieht man unten auf der Karte, dass er hier vorne jetzt auch überholt wird gerade. Oder zumindest der Versuch ist da. Norris ist also gerade auch in verlangsamter Fahrt unterwegs. Ich hoffe, dass sie uns jetzt hier nicht allzu lang aufhalten und alle in diese Runde an die Box kommen werden. Ja, alle werden nicht an die Box kommen, denn das sind zwei McLaren. Aber auf jeden Fall werden wir gerade aufgehalten vom langsamen Norris vorne. Ja, ganz nah dran jetzt an Vettel. Und auch er geht hier vom Gas, aber wir können nicht so wirklich vorbei. Vorne Ricciardo gegen Norris. Wir gehen auch jetzt auf die Innenbahn gegen Vettel. Er lässt uns vorbei, Vettel. Das war ein schlaues Manöver. Wie sieht's aus mit Norris und Ricciardo? Irgendeiner von den beiden wird an die Box kommen. Wir gehen hier auf die Innenbahn. Norris fighten zurück gegen Ricciardo. Und Ricciardo, was macht er denn da? Unglaublich. Die Kai völlig planlos wieder. Ärgerlich. Zum Glück ist nichts passiert am Auto. Aber leider haben wir die Position gegen Vettel wieder verloren. Jetzt können wir aber wieder zurück fighten gegen Vettel. Der hat so auch das DAS. Wir kommen aber mit Überschuss. Vettel verteidigt auf der Innenbahn. Dann gehen wir eben außen rum. Und das Manöver hat super funktioniert. Jetzt haben wir wieder den langsamen Norris vor uns. Wann kommen wir da an ihm vorbei? Norris hier richtig langsam. Da fahren wir fast, da laufen wir fast auf ihn auf. Jetzt sind wir aber hier den Berg hoch mit ERS nebendran. Und vorbei. Wir bekommen noch eine Verwarnung. Weiß ich jetzt nicht genau warum. Norris wird jetzt eh in diese Runde an die Box kommen. Nehme ich mal an. So ist es auch. Das darf man auch. Und damit übernehmen wir erstmal die Führung. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fahren wir noch ein paar. Hoffentlich konstant schnelle Runden. Bevor es auf die weichen Reifen geht. Wir können mal im Zeitvergleich dann schauen, wie schnell wir sind. Aber jetzt erstmal hier ganz weit raus. Das war keine gute Kurve für uns. Paris und Gasly sind schon 6-7 Sekunden hinter uns. Da müssen wir mal gucken, wie wir da abschneiden. Ja, die Reifen sind natürlich jetzt schon ziemlich abgenutzt. Wir müssen noch zwei Runden ungefähr aushalten. Und wir verlieren ein bisschen Zeit auf Paris und Gasly. Aber jetzt nicht super viel. Das heißt, die Pace an sich ist ganz gut. Die haben ja auch frischere Reifen als wir. Aber zum ersten Mal sind wir jetzt in diesem Rennen auf demselben Reifentyp. Und deshalb können wir überhaupt mal so wirklich den Vergleich sehen. Müssen wir mal schauen, wie die Reifen so halten. Mittlerweile hat übrigens Verstappen den virtuellen dritten Platz verloren nach seinem Boxersort. Da ist Charles Leclerc jetzt, der auch in diesem Moment die schnellste Runde mit 1,41 Acht erzielt. Das ist drei Zehntel schneller als unsere schnellste Runde. Das ist aber, wie gesagt, alles gerade noch im Rahmen und im Rahmen unserer Strategie vor allem. So, und für uns geht es jetzt in diese Runde wie geplant an die Box. Runde 13. Da haben wir noch ein ganz schönes Stück mit Softreifen dann vor uns. Da hat man fast das Auto verloren. Hier diese super enge Boxen Einfahrt. Das war jetzt nicht gerade ideal. Die führenden Peres-Gasten und Leclerc Verstappen gehen durch. Sainz und Bottas werden auch sicher durchgehen. Und dann haben wir noch Riccardo und dahinter dann Vettel und Norris. Und dann schon Schwarzman, der mittlerweile einen Vorsprung vor den Alpha Tauri hat, so wie es ausschaut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Wir werden auf jeden Fall einen Vorteil haben. 3,1 Sekunden. Schlechter Stopp. Auf der Speed jetzt. Lass uns ein bisschen Hecht in diese Runde. Jetzt bin ich gerade nicht mehr an die Taste hingekommen, die uns den Pit-Limiter ausmacht. Aber wir sind tatsächlich vor Vettel und Norris ganz knapp rausgekommen. Punktlandung. Wir werden es tatsächlich auch von der Pace-Handreden vorbeigekommen. Aber so ist es mir dann doch lieber. Wir sind 4 Sekunden hinter Bottas. Also Platz 6 werden wir auf jeden Fall erreichen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Davor ist dann auch noch Sainz, Platz 5. Also Top 5-Ergebnis auf jeden Fall drin. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann müssen wir mal gucken. Ich denke nicht, dass wir auf die Top 4 aufschließen können heute. Safety Car gibt es jetzt. Lundgaard ist ausgeschieden. Schuhmacher ausgeschieden. Und da gab es einen Unfall. Hier vorne. Ich kann leider nicht weiter zurückspulen. Hier vorne dreht's Guan Yu-Shoo. Und das wird richtig eng hier. Die Alpinen kommen auch schon nicht vorbei. Und dann fährt hier Schuhmacher hinten rein. Lundgaard hinten rein. Mit richtig viel Karums. Kann nicht ausweichen. Geht auch nicht auf die Bremse. Schuhmacher und Lundgaard. Da wird ausgeschieden. Safety Car auf der Strecke. Völlig klar. Die Strecke ist blockiert. Die Autos kommen da nicht weg. Und die beiden Alpinen können so wie es scheint weiterfahren. Vielleicht mit einem Boxenstop. Wer weiß. Guan Yu-Shoo hier der Auslöser dieser kleinen Katastrophe. Die KI mal wieder sehr schlecht reagiert. Und diese Safety Car-Phase für uns natürlich ein Segen. Denn urplötzlich sind wir nicht mehr gute 15 Sekunden hinter der Spitze. Sondern für die letzten 6 Runden können wir die Führenden hier direkt beobachten. Wir sind ganz nah dran jetzt an allen. Und haben urplötzlich die größten Vorteile. Also diese Safety Car wirklich extrem hilfreich für uns. Was für eine neue Strategieoption der Bitte. Ist doch logisch, dass wir jetzt nicht mehr wechseln. Nein, wir kommen jetzt nicht nochmal in die Box. Natürlich behalten wir die aktuellen. Und werden auch keine 2-Stop machen. Was ist denn das für ein seltsames Strategievorschlag. Aber egal. Wir gehen damit natürlich bis ans Rennende mit diesen Reifen. So wie alle anderen auch. Und ja. Die 7 vor uns dürfen sich nochmal warm anziehen in den letzten 5 Runden. Denn das wird auf jeden Fall nochmal die Chance für uns. Aufs Podium zu kommen. Wir konnten jetzt natürlich ein bisschen Reifen sparen. Hinter dem Safety Car müssen die Reifen jetzt trotzdem auf Temperatur bringen. Um gleich voll angreifen zu können. Denn das Safety Car geht in diese Runde wieder rein. Wann geht's los? Wann drückt Sergio Perez aufs Gas? Bereit machen jetzt. Geht's gleich in die Schikane. Das wird ein ekliger Punkt sein zum Beschleunigen für uns. Und jetzt spätestens müsste doch eigentlich Perez aufs Gas gedrückt haben. Wir dürfen spätestens hier frühestens hier überholen. Und wir werden auch gleich den Versuch gegen den Riccardo wagen. Der leckt einfach auf uns ein. Es ist wieder dasselbe mit der KI. Die ignoriert komplett ihr Außenspiegel, so wie es scheint. Aber wir sind vorbeigekommen am McLaren. Der saugt sich jetzt nochmal ran. Aber in Uhu, ich kann er auf keinen Fall überholen. Höchstens hier jetzt dann im Windschatten. Wir bekommen nochmal eine Verwarnung. Aber die nehme ich gerne in Kauf, solange wir hier diese Position gegen Riccardo halten können. Vorne seien es übrigens auf harten Reifen. Weil dann einfach eine Runde früher in die Box kam als die meisten anderen. Und wir müssen jetzt mit weichen Reifen einfach pushen, 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 was das Zeug hält. Und das wird ja zur Abwechslung auch mal ein Trockenrennen bleiben in Spahn. Nur im Corleafing hatten wir ein bisschen Regen. Ja, wir müssen jetzt gucken, wie lange die weichen Reifen noch im Fenster sind. Wir saugen uns ran an Bottas. Im DRS, äh, sorry, im Windschatten. Und mit DRS sind jetzt hier nebeneinander für diese letzte Schikane auf Start-Ziel hin. Und sind vorbei am Mercedes jetzt auf Platz 6. Schnellste Runde für Sergio Paris. Unsere Runde ist etwas langsamer, weil wir noch im Verkehr gehangen sind. Noch ist kein DRS freigegeben. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir den Angriff auf Sainz fahren können. Hier auf dieser Geraden wird es noch nicht reichen. Wir saugen uns aber schon mal richtig hin. Ja, mit den harten Reifen ist er da auch richtig langsam unterwegs, der Carlos. Da geht es noch nicht vorbei. Wenn wir jetzt aber hier gut rausbeschleunigen, könnte das die Chance sein für uns im Windschatten. Wir gehen hier direkt nach rechts. Er zieht ein bisschen auf uns rein, aber wir hatten gerade so noch genügend Platz. Und sind jetzt mit ERS auf der Außenbahn vorbei an Carlos Sainz. Platz 5 jetzt für uns. Verstappelt der nächste, den wir angreifen können. Aktuell würde uns Verstappel in der Fahrer-WM überholen. Wird auch nur um wenige Punkte. Der fährt nämlich heute auch kein Super-Rennen. Wir kommen jetzt hier richtig nach an den Windschatten. Wir können auf die Außenbahn gehen und wieder außen herum in die H-Nabel-Kurve mit Max Verstappen. Schönes Überholmanöver gegen den Holländer. Und damit sind wir auf Platz 4. Schnellste Runde für uns. Das könnte auch der Extrapunkt sein. Und jeder einzelne Punkt und jede einzelne Platzierung hilft uns extrem weiter für den Kampf um die WM. Denn Sergio Perez da vorne, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen heute. Der ist ja auch einer unserer Hauptkonkurrenten. Die Frage ist, können wir uns Leclerc schnappen? Wir haben das DRS. Leclerc aber auch, weil er im Windschatten von Gasly ist. 354, 55 kmh. Noch nicht vorbei an Leclerc. Und jetzt werden wir uns wieder den Berg hoch ran saugen. Da haben wir jetzt schon einige Fahrzeuge bekommen. Kurz vor dem Gas, außen hin wieder. Leclerc gegen unsere Wenigkeit. Wir fahren hier ums Podium. Innen über den Randstein und vorbei am Ferrari. Platz 3 für uns. Wer hätte das gedacht, dass wir hier doch noch aufs Podium kommen in diesem Rennen. Jetzt sind auch nur noch Gasly und Perez vor uns. Ricardo scheidet währenddessen noch aus. Was da hinten wohl passiert ist, man weiß es nicht. Leclerc aber noch nicht aufgegeben hinter uns. Jetzt wird es aber schwierig. Wir haben kein DRS. Gasly sollte uns im Sinne der Team oder eigentlich vorbeilassen. Aber ich bin tendenziell gegen Team, oder? Deshalb ist es okay, wenn Gasly aber nicht vor uns ins Ziel kommt. Aber wir werden es natürlich trotzdem versuchen, ohne etwas zu riskieren. Denn ein Doppelpodium sollte man auf jeden Fall sicher mitnehmen, wenn man schon in der glücklichen Lage ist. Ah, da geht es weit raus vor uns. Jetzt könnte es schwierig werden. Aber wir werden noch die Chance bekommen, an Gasly da vorbeizugehen, wo wir an den anderen auch immer vorbeigegangen sind. Nämlich am Ende dieses Berges, am Ende dieser langen Geraden. Wir können uns ransaugen. Kurz ERS runtergegangen gegen Gasly. Auch hier müssen wir außen rum. Und dann haben wir ein bisschen zu spät gebremst. Und Gasly behält die Nase vorne. Dritter Platz für uns. Was für ein Rennen. Das war der Start des Weekends, aber du hast durchgezogen. Danke. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Sagt mir Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Tja, er hat die Safety Car-Phase. Es ist all about how you were with my parents. Yeah, it's used their minds. Cause you were sweet and looking like a cowboy. That was hard to find. I caught feelings, I caught these feelings. Und das war's mit dem heutigen Rennen. Schon wieder ein Podiumsplatz. Damit hätte ich jetzt heute nicht gerechnet. Ich denke, Fünfter wäre realistisch drin gewesen, wenn wir eben nicht die Safety Car-Phase gehabt hätten. So haben wir nochmal zwei Plätze und die schnellste Runde gesammelt. Wobei, die hätten wir wahrscheinlich auch so geschafft mit den weichen Reifen am Ende. Ja, 16 Punkte für uns, 18 für Gasly. Völlig in Ordnung. Am Ende wäre ich natürlich gerne noch auf Platz 2 gewesen. Das wären drei Punkte mehr für uns gewesen. Aber ich bin, wie gesagt, eigentlich Fan von Rennen ohne Team Order. Und es gibt es jetzt hier in Formel 1 2021 sowieso nicht, dass wir irgendwie Gastly anreisen können, dass er uns vorbeilässt. Sergio Paris mit einem sehr, sehr soliden ersten Platz. Der kommt uns wieder gefährlich nahe. Aber wir sind jetzt alleiniger Führender in der Fahrer-WM. Wir schauen uns gleich die Punkte rein. Jetzt aber erst mal noch ein paar Worte zu dem Rennen. Schalte Claire, Max Verstappen auf 4 und 5. Verstappen, der große Verlierer, hat den Startplatz 3 nicht halten können. Am Ende nur Platz 5. Das ist kleiner Rückschlag für ihn. Das schlechteste Ergebnis seit dem zweiten Saisonrennen oder so für Max Verstappen. Sainz mit einem soliden sechsten Platz vor Bottas. Norris hält noch den achten Platz trotz technischer Probleme. Vettel und Schwarzmann bekommt am Ende noch einen Punkt, weil Riccardo noch kurz vor Schluss ausscheidet. Keine Punkte für Alfa Tauri. Guter Platz aber für Latifi. Platz 13. Nicht übel. Die beiden Alpinen heute schwach. Giovinazzi fällt auch weit zurück, obwohl der am Anfang ja in der Top 10 war. Da hat man schon gesehen, dass der eine relativ schwache Pace heute hat. Jetzt ein Blick auf die Rangliste. Wir sind zwei Punkte vor Perez, nicht mehr vor Verstappen. Verstappen ja heute ein bisschen zurückgefallen. Er ist aber ja auch super nah dran. Nur sechs Punkte fehlen dem auf uns die Top 3 super eng zusammen. Gasly macht einen großen Sprung an Norris vorbei. Ist jetzt dran an Bottas. Nur sechs Punkte fehlen ihm. Und Leclerc ist jetzt auch nicht so super weit weg. Also ich hoffe, dass Gasly jetzt mit der Vertragsverlängerung auch und mit diesen beiden Podiumsplätzen in Folge einfach eine tolle zweite Saisonhälfte auch fahren wird. Und uns insbesondere auch im Konstrukteurskampf unterstützen wird. Denn da sind wir jetzt aufgrund dieser tollen Platzierung gleichgezogen mit Mercedes. Und aufgrund der höheren Siege oder der höheren Anzahl an Siegen sind wir aktuell auch ganz vorne in der Konstrukteurswelt. Es bleibt richtig spannend. Ich hoffe, die nächsten Rennen werden ähnlich cool wie dieses. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.